Von Bergen geht raus, Ibiza-Olic vorbei an von Bergen und auch die Reingabe war klasse und der Ball ist im Tor und Marcel Jansen zeigt, der war es im Prinzip und er zeigt auf Ibiza-Olic, klasse Vorbereitung des Kroaten, aber auch klasse Abschluss von Marcel Jansen, drittes Saisontor für den Nationalspieler. Na, das Comeback nach ausgestandener Rittenbrennung war gleich mal zu Beginn erfolgreich. Super die Vorarbeit von Olic, der da sich gegen Steve von Bergen durchsetzt, das war mitentscheidend für den Treffer und dann Simonic zu passiv, sieht vielleicht auch gar nicht, wie Jansen in seinem Rücken in Schussposition kommt, so ist es passiert und Jaroslav Drogny ist da nicht der geringste Vorwurf zu machen. Also drittes Saisontor für Jansen.